Parfum ist mehr als nur ein Duft, es ist ein Ausdruck der Persönlichkeit. Doch wie alle Beauty-Produkte hat auch Parfum eine begrenzte Haltbarkeit. Ein Ode-Parfum hält im Durchschnitt 36 Monate. Das Ablaufdatum kann je nach Inhaltsstoffen und Lagerbedingungen variieren. Citrus-Düfte halten sich kürzer als Düfte mit Holz- oder Ambernoten. An diesen fünf Anzeichen erkennst du, dass dein Parfum abgelaufen ist. 1. Veränderung des Geruchs Ein muffiger oder säuerlicher Geruch weist auf ein abgelaufenes Parfum hin. 2. Veränderung der Farbe Trübung oder eine starke Veränderung der Farbe signalisieren Oxidation. 3. Veränderung der Konsistenz Klumpige oder ölige Konsistenz bedeutet, dass das Parfum nicht mehr gut ist. 4. Schwacher Duft Abgelaufene Parfums variieren schnell an Duftintensität nach dem Aufsprühen. 5. Reizung oder allergische Reaktion Hautirritationen nach dem Auftragen können auf abgelaufenes Parfum hinweisen. Durch richtige Lagerung und Verwendung kannst du die Lebensdauer deines Parfums verlängern. Parfum gehört kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert, idealerweise in der Originalverpackung. Achte außerdem darauf, dass du den Deckel immer verschließt. So verhinderst du ein Verdunsten der Duftmoleküle. Um Oxidation zu minimieren, lohnt es sich, kleine Flaschen zu kaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.